und wir setzen die rosa bläder nach hinten ich denke, ich werde probieren, ob die rosa bläder gut sind ich kann die rosa bläder trüppeln und nicht dran und dann passt es besser bei den bambus planten als der andere, der andere passt dabei aber das ist auch so, dass ich nicht dabei und weiter ein netter Portal bauen wir auch, aber die bauen wir innen an den Turm das habe ich schon erwähnt, oder gesagt, oder wie auch immer und da muss ich gucken, dass ich das dann irgendwie hier bauen wir denken, dass es sich relativ hell ist wir müssen schauen, wie ich das machen ich würde sagen, dass ich dann ein paar Dinge hätte tatsächlich auch links und jetzt aufhunde lauter Dinge gehäte ähm, wie soll ich das tun ähm, bischer Regale mit mit allem drüben und dran für diese Enchanten, blablabla blablabla blub das können wir einen geheimen Raum haben mit äh, ja, geheimen Raum, Punkt fertig, mit geheimen Raum und ja das können wir alles nicht mehr suchen das war ich ein bisschen schweiz aber, hm ähm ich hätte für dich auch sollten ob irgendwelche Dinge Sachen fertig bauen ja schrievergänge sind aber das lehrt mich, ähm ja das Fehler das Fehler lehren kann er gehen ja du kannst hier du kannst hier rüber wie gesagt sind Kinder hier rüber und das auch so gefolgt gut du siehst da das bläht ja schon ah herrlösch das ist, äh, mutter und etc. pp die musste gefüttert gehen mir das ist auch ein bisschen egal das ist auch ein bisschen egal das ist auch ein bisschen egal das ist ein egal warte und so das tun wir das tun wir und dann holen wir den Hummer ein bisschen das geht so rüber das mir m es Jes j ähm ja und dreie drei あ also eu der sie dreie unpleasant upp und öpp und und wir können Heimatstengen aufwählen ich habe eigentlich genug Stengen hier gesammelt weil der Tod ist nicht mehr jetzt einfach Heimatstengen aufwählen und dann die restliche Erde kommt meine kleinen Steinchen die ich euch brauchen die ich euch brauchen ganz doll lieb brauchen ok war viel war mir so viel cool dran wie es Schadgert wäre mehr cool dran Heimatstengen Tunnel kann ausbuddeln what the hell ich mag das jetzt wahrscheinlich mal dann kann ich einen riesen Tunnel ausbuddeln und ja manchmal riesen Übernetzsystem wo ich dann wirklich von enger auf die einen Platz kann mich transportieren mit einem Übernetz geil das ich hier kann ich wirklich alles machen was ich früher nicht machen konnte ist das mal wert so viel Zeitintensiv war ähm ja ich wollte auch noch Kaktusang Schmott holen oder Rundschkack ja natürlich kein Kaktusmott in Held oh es Held Horst oder es gibt ein Kaktusmott ein Kaktusmott ich kann auch mein Inventor ich kann auch da kann ich eventuell komplett ähm so komplett ganz so viel so So, Feuern nur so 8x Was ist das? Wie kann ich aus hier, wenn ich kann? Tuck, 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 tuck Da kommen 4x Ich gehe Sand, ich gehe auf den Kacktus Okay, Kacktus Jetzt muss ich den auch direkt ziehen Das ist ja, du ziehst als Bläh entlang Ja, ich weiß, dass ich noch sonst setzen muss Ähm, ich weiß nicht, dass ich heute Dass ich weiß, wo ich Beim Stimmen setzen muss Gell? Gut, okay, dann nehmen wir hier 1, 2, 3, 4 Okay, dann nehmen wir hier Wenn wir hier 2 wollen Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 9, 10 11, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17 Und dann sehen wir hier Ja, dann können wir hier nochmal Das geht Okay, ähm Komm, ich lasse einfach raus Ich lasse einfach raus Ich lasse einfach raus Und dann können wir mal Dann können wir mal so genau machen Eines Plan Erst mal mit der Beem Dann ist das so Hopp Dann können wir laut Beem stemmen Gell? Und dann... Und dann die dort, okay Ähm 1, 2, 3 Autsch, ok, da traut ein bisschen mehr jemand 2, 2, 2, 2, 2, 2 2, 3, 2, 4, 5, 5, 5 7, 8, 9 7, 9, 10 Machen. Forget it. weg weg wie man verhäckte es wir werden noch ein bisschen wenn man muss mehr groß sein muss man muss mehr groß ich gebe so gerne ein HONGSCHU schlug mir das und da was da hier rückwählen ja das ist das in einem in anderen grad, gerade am gang zu Quill, fast und so, und so, und so und so und so ja, dann holen wir den Heuernswasch gut, und dann hoffen wir dass der Heu ist und so ähm öhm ok, komm mal da hin und dann beginnt der Duster zu gehen geil komm mal da hin alles waschen ok ich mach es leeren obviel, komm ich setz mal nach innen so nach innen so, voran noch einmal kein Abstand und da hier 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 erstmal wo wir ein zweier bräthun ne wann 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 kommsch ob die zweier bräthun komm 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 mir muss schlafen gehen der Duster und daneben der Zellwürst ähm ich weiß mal Kaktusplantage machen die Kondruchten eventuell so wie gesagt, gucken mal dann dann das das